Was hat die Bundesrepublik Deutschland letztendlich an einem Nullpunkt angefangen? Mit einem neuen Konzept, das sich vielleicht im Herrn Chiemsehmer Konvent noch besser findet als im Grundgesetz. Im Grundgesetz beginnen wir mit Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ein wunderbarer Satz, ich liebe ihn sehr. Aber im Herrn Chiemsehmer Konvent hatte man die Dinge noch etwas einfacher formuliert. Er hatte gesagt, der Mensch ist nicht für den Staat da, sondern der Staat ist für den Mensch da. Und das zeichnet genau das Bild, das auch die Mütter und Väter des Grundgesetzes vor Augen hatten. Sie wollten den einzelnen Menschen als Rechtssubjekt in die Mitte der Verfassung stellen. Deshalb beginnt das Grundgesetz mit den Grundrechten, mit der Menschenwürde. Und deshalb finden wir in sehr vielen Entscheidungen immer wieder die Idee des autonomen, selbstbestimmten, freiheitlichen Menschen, den wir achten müssen, den wir schützen müssen. Und das beherrscht die Rechtsprechung bis heute. Es gibt im Grundgesetz eine sogenannte Ewigkeitsklausel, Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Dort steht drin, dass Artikel 1, die Menschenwürde, und Artikel 20, wo die Grundsätze unserer Bundesrepublik niedergelegt sind, dass diese beiden Aussagen zunächst einmal ewig bleiben sollen. Zu diesen allgemeinen Staatsstrukturprinzipien zählen das Demokratieprinzip, der Föderalismus, das Sozialstaatsprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und diese Grundlagen sollen unangetastet bleiben. Und indem man sich für die Menschenwürde als unantastbar ausgesprochen hat, möchte man auch, dass der Menschenwürdekern in den einzelnen Grundrechten nicht abschaffbar ist. Es sind viele Veränderungen vorgenommen worden. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Verfassungen, die gar nicht, wie die japanische Verfassung, oder nur sehr wenig geändert worden sind in 200 Jahren, wie etwa die amerikanische Verfassung. Insofern, dass das Grundgesetz über 60 Änderungsgesetze erfahren hat, ist eine Besonderheit. Und man wird sagen müssen, nicht alle Änderungen haben das Grundgesetz unbedingt besser gemacht. Die Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht auf der Grundlage des Grundgesetzes getroffen haben, sind häufig innovativer als die eigentlichen Änderungen durch den verfassungsändernden Gesetzgeber. Wenn Sie sich erinnern an den Klimaschutzbeschluss, der international sehr stark rezipiert worden ist, da hat das Bundesverfassungsgericht den Gedanken des intertemporalen Grundrechtsschutzes entwickelt. Das ist eine Neuerung gewesen, die viele sehr überzeugt hat und die jetzt schon von anderen Verfassungsgerichten aufgenommen worden ist. Daran erkennt man, es besteht einerseits eine Bindung an bestehende Rechtsprechungen, es besteht eine Zurückhaltung im Umgang mit dem Grundgesetz, aber es gibt auch Momente, in denen man das Grundgesetz weiterentwickelt hat. Ein schönes Beispiel, wie sich die Dinge verändern können, ist etwa die erste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum § 175 StGB. Das war der damalige Straftatbestand für homosexuelle Tätigkeiten. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Strafrechtsnorm, man sprach damals immer von den 175ern, wenn man jemanden charakterisieren wollte, der homosexuell ist, und das Bundesverfassungsgericht hat das gehalten und hat das für verfassungsgemäß erklärt, das würde heute nicht passieren. Und insofern haben sich natürlich die Umstände geändert und wir werden viele andere Bereiche identifizieren, in denen heute anders entschieden würde als noch vor 50 Jahren. Das Grundgesetz ist schon sehr früh mit dem Gedanken konfrontiert worden, der in den 30er Jahren entwickelt worden ist, nämlich dem Gedanken der wehrhaften Demokratie. Und es gibt eine Reihe von Instituten, die das Grundgesetz schützen soll vor seinen Feinden. Da ist zum Beispiel das Parteiverbot, da ist das Vereinsverbot, da ist die Aberkennung der Grundrechte und noch einiges andere. Das sind sehr weitreichende Instrumentarien, die vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der Weimarer Republik entwickelt worden sind, wo man sich irgendwie schutzlos fühlte und die Macht dann auf den Nationalsozialismus übergegangen ist, ohne dass die Verfassung hier gute Möglichkeiten hatte, diesen Prozess irgendwie zu stoppen. Und bisher haben wir den Eindruck gehabt, dass wir mit diesem Instrumentarium auch ausreichend geschützt sind. Weiter wird im Augenblick darüber diskutiert, ob man nicht die Arbeitsweise und die institutionellen Kerngedanken der Verfassungsgerichtsbarkeit, also unseres Bundesverfassungsgerichts, in das Grundgesetz hineinschreibt. Bisher sind diese Fragen nur in einem einfachen Gesetz, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, geregelt. Da gibt es eine Diskussion darüber, ob man zum Beispiel in das Grundgesetz reinschreibt. Es darf nur zwei Senate geben, mit je acht Personen. Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre, man darf nicht wiedergewählt werden, um zu verhindern, was wir in anderen Staaten sehen konnten, dass eben Verfassungsgerichte entmachtet werden durch den einfachen Gesetzgeber. Und für diese Diskussion ist sicherlich wichtig, wobei ich im Augenblick eine konkrete Gefährdung des Bundesverfassungsgerichts nicht erkennen kann. Juristen sind immer etwas demütig, wenn es um die Normen geht. Wir wissen, dass das Recht eine große Bedeutung hat, aber wir wissen, dass zu einer guten Demokratie vor allen Dingen gute Demokraten notwendig sind. Deshalb wünsche ich dem Grundgesetz, dass es immer die richtigen Demokraten an seiner Seite hat, die sich um das Grundgesetz kümmern, die es gemeinsam mit anderen Institutionen fortentwickeln und denen klar ist, was es bedeutet, eine solche Freiheitsordnung an seiner Seite zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020